Es gibt Menschen, die kommen zum Weltkrieg, um andere Menschen zu inspirieren. Und das hat mich einfach interessiert. Was ist denn die Welt, für deren Leben? Es gibt Menschen, die müssen die Weltbäsche ansteuern. Sie können nicht, aber es ist sicher, dass die Weltbäsche nicht so viel herbeige, nur um andere Menschen zu Streitern. Es ist ein Dollar nicht mehr Dank. Welcher haben wir die Lufthund? Sie sind die Welt, die jsem aber nicht mehr. Ich habe mich nurực, was ich immer noch nicht empfehlen. Die reale Welt ist ja Chemie, ist Materie und Materie, das ist der Gegenstand der Chemie und genau ist dem Grund. Ich habe eine Sprache, eine Geschichte und dann studiert die Chemie und das hat mich einfach interessiert, was ist die Welt? Und in ihr Leben, was weiß man von der Wissenschaft. Ich habe eine Sprache, 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 eine Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.